Acht jetzt müssen wir das zuerst machen, ok. Schade. Na ja, mithalten würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon da dran, ja. Aha, so kriegen wir also unser Zeug mal dran. Cool, dass dieser, dass er jetzt zum Beispiel wieder so eine andere Fluganimation hat. Was ist er denn? Hä, ist er in der Luft? Das ist eine Sache, ne, ist er doch. Was ist er? Was ist er? Begeeta. Ich glaube, das ist ein Wettbewerb. Das Wettbewerb ist kein Wettbewerb für dich. Das Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Ich habe das Wettbewerb. Ich habe das Wettbewerb über die Welt gelernt. Was ist das Wettbewerb? Das Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Das Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ich glaube, wenn wir, dass die Begeeta die K presse in die Kreise, die 2,000 aufb Bayer gewonnen haben... Das Thief ist, wie? Du hast die Krasse Kran-Krise verlassen! Ich werde mich mit dem acumulanten Verlangen haben. So, ich habe nichts. Ich werde mich, was ich meine Kran-Krise verlelimit. Ich denke, du hast mir um 24,000... tier jetzt machen wir den fertig und den gallic strahl haben wir auch noch hinterher bams es ist Das war ja geil gemacht. No, ich habe keine Ahnung. Der Geht da 24,000 ist es... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich überrascht habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich überrascht habe. Ich habe mich überrascht. Also habe ich mich überrascht. Oh, das war ich jetzt. Ich habe mich überrascht. Ich glaube, dass ich das nicht so verabschiedet habe, oder? Herr Freezer! Ich glaube, dass die Namek-Sei-Gin 10-Ber-Handung ist. Ich verstehe. Das ist gut, oder? Das ist der 5. Ball. Los geht's! N-M-M-Nein, das ist jetzt fertig. Ich werde nicht wieder zurück. Bruma, lass uns jetzt hier weg. Wir werden noch mehr starker Menschen sind. Immer die Optimisten hier. Du kannst gerade nicht fliegen oder Kier-Explosionen abfeuern. Okay. Dürfen wir wahrscheinlich nicht, weil die uns ja nicht spüren dürfen, ne? Das ist ja dann auch nochmal so ein Thema. Das haben wir beides schon gelernt. Was anderes können wir hier nicht machen, okay. Dann holen wir mal ab. Das ist doch bestimmt irgendwo die Höhle. Da ist sie doch. Dieses Kraft? Was ist das denn für eine Übersetzung hier? Das ist doch so. Das ist das Schmuck. Das ist das Schmuck. Jetzt kommt es ein Namek-Sehr-Gin. Ah! Sehle! Gehen Sie! Daher wird ein anderes Geheimnis entgegen. Uluan, bitte! Ich bin wirklich ein Freund von uns vorhin. Hä? Ich bin hier. Aber was war das jetzt? Bulma, bitte auf den D-D-Dragon-Ladern. Die D-Dragon-Ball haben vier D-Dragon-Ball, oder? Die D-Dragon-Ball haben... Die D-Dragon-Ball haben... Ja, ja, ja... Ja, so... G-Gohan, hast du gesehen? Äh, was jetzt? Ja! Ich habe sehr stark die Kraft! Der... Der Junge... Der... 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 B... Ich werde den DRAGONBALL abgeben. Das war's für heute. So, dann gehen wir. Ich werde jetzt mit dem Flugzeug aus dem Flugzeug, um zu arbeiten zu können. Ich muss nur noch ein paar Tage lang über die VEGETA gewinnen. N-Nee! Der Mann vorhin ist hier in den DRAGONBALL! Ich bin hier genauer. Was ist das? Ich bin hier. 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 Ich denke, es ist immer安全. Ich weiß, dass ich das so. Ich habe mich in diesem Schuss. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Der Mann, der Schuss. Der Mann, der Namek-Sägen. Der Mann, der Namek-Sägen. Alles klar, Freunde. Eine neue Episode. So viele Cutscenes. Man kommt hier zu gar nichts. Das ist ja echt unglaublich. Ja, vielleicht ist es. Da gibt es die Mühle der Namek-Sägen. Da gibt es die Mühle der Mühle. Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist gut. Wir dürfen doch noch was selber machen. Du kannst gerade nicht fliegen oder Kiexplosionen abführen. Alles klar? Ja. Oh, dann geht es einfach mal. Die Mühle der Mühle der Mühle der Mühle. Ich bin hier zum Beispiel. Mit den Jägen. Er hat einen roten K嘅, genau. Ich werde hier den Weg, wenn ich die Mühle der Mühle. Die Mühle der Mühle der Mühle. Ich bin hierher. Doch, dass er wird etwaig. Eine Ohne. Aber es ist gut, wenn ich mich nicht verletze. Ah, wenn ich mich nicht verletze, wenn ich mich nicht verletze, dann kann ich mich nicht verletzen. Ich bin nur ein sehr starker Typ aus dem Chibi. Wie soll ich das denn sein? Wie soll ich das denn sein? Oh! Oh! Jätsch! Jätschel& Piccolo, und wie wir also... Na... Nameg星人... Ich habe Drakon Ballen... Das ist eine Freize für Drakon Ballen. Das ist hier, wenn sich eine Drakon Ballen betrachtet. Ich weiß! Es gibt es nicht solche Formen! Das war's für heute. Nein, das war so, dass ich so ehrlich bin. Zabon-San, bitte sehen Sie. Ja? Oh, 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 das ist das Problem, nicht wahr? Wenn ich mich überraschere, dann werden die Kinder sterben. N-Nasche Leute! H-Hit... Was ist der Ziel für Dragon-Ball? Was ist das? Das ist eine riesige Werteilung. Ich glaube, dass ich das Leben für mich. Wenn diese Werteilung der Dragon-Ball, dann wird es nicht möglich sein. Nein, es ist kein Werteilung. Aber es ist ein Werteilung. Es ist ein Werteilung. Hm, und Freeza sein Wort hält? Ja, ich habe das, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich. Gehen Sie bitte? Gehen Sie weg! Ah, ja! Oh, der Scouter! Ich werde nicht sehen, dass ich mich nicht! Sie sind alle! Uaah... νοen... Geh...vert emerge weniger um diese Scheiße zu übergesst. Keine Präsen als ich da und nicht der Fall... Was ist denn das? Das ist so. Ich werde ihn wegwerfen! G-Gon! Ich bin nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig. Jetzt machen wir den doch direkt mal fertig, den Dodoria. war der block einfach es geht nicht immer wie schnell haben wir denn jetzt erledigt es geht es geht es geht es geht es geht es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich werde jetzt nur einen Mann für einen. Untertitelung des ZDF, 2020